nach 8 er ist er das sind scheiße er hat sich so gut ich bin jetzt zum ersten an der Leiter clean geblieben und auch auch nein auch nicht mehr an der Leiter nicht dringend dran geblieben nein das war richtig laut ich hätte das konnte man schon fast in Korea hören wie die nicht sprinten manchmal die koreaner er ist schlimm mit den korea sagt der zettel welche koreaner meint er denn die im süden die sich vor ja was es gibt Nord- und Südkoreaner spaz die bestimmt ja ja allgemein Fresse und die Nord- und die Südkoreaner mögen sich noch nichtmals das ist ein Problem boah hey voll die Arsch voll die Arsch weißt wer kacke ist du weißt wer kacke ist du Nutsch Lampukistan nein kannst du gar nicht sagen der der diese Challenge gebaut hat ist kacke der ist genial der weiß wie man Leute zum Wahnsinn treibt ist so bestimmt schau uns jetzt irgendwie die Vollprofession lachen sich schlapp die Schlechte sind als ob uns Vollprofession und schreibt und schreiben jetzt in diesem Moment in die Kommentarbox ihr Noobs als ob die würden schreiben glaubt an euch Leute irgendwann schafft ihr das wer würde das schreiben weiß ich nicht Gronkh als ob ja nicht bei uns jetzt habe ich noch mit den ersten Sprung geschafft nein ja leider würde das zu gegen die nächsten zwei Sagen natürlich zweiter erfolgreichste YouTuber wisst ihr eigentlich welches die erfolgreichste YouTuber Gruppe der Welt ist so was oder ich habe irgendwie zehn Milliarden Abonnenten verliehen aber bei diesem Stich die Apfel es muss halt fünf Millionen Abonnenten Nadia mehr ungefähr die an ein erheber er ist in der Verpflegung der das weiß ich war letztens auf den Kanal ja voll viele ja ich ja mindestens 10 Millionen oder so ich gucke jetzt nach ich habe mich voll erschrocken als die Zahl gesehen aber etwas zu verarbeiten wir haben mehr Abonnenten als die haben mehr Abonnenten als bei Titi Aufrufe hat ist so und die hat schon viele Aufrufe ich gucke jetzt nach die hat über 100 Milliarden Aufrufe mann ist so die haben 10.505 ne ja ja das sind die 100%ig 10 Millionen 500 ja 5 Millionen 10 Millionen was knapp dran was knapp dran quasi besser als eure Milliarden ja das war näher dran als Dein steigt dann wenigstens 1 wir haben wenigstens die 10 gesagt du hast fünf Millionen gescheitert nein die Supply er hat er nicht gerade das frage ich mir auch manchmal wenn ich an dieser Leiter springe ich habe das ist so traurig ne das ist echt traurig oh ja ich hab' ich das Gefühl will ich schaffe diese Boah ich bin so schlecht jetzt ey maaaah wir werden die nicht überspringen da werden wir auch nicht vorhext solange Flora nicht fertig wird zweimal teinander jetzt schon jetzt nein nein wieso ich feine immer runter ich feine jetzt immer runter bei dieser ich hab das ich bleib da nicht dran ich bleib da einfach nicht dran ich bin fast Level 201 boah pass ich halt einfach die Schnauze das ist jetzt Flood gesagt cool das ist wirklich unser kleines ist doch wie ich nicht ich verkleine so gerade so angepisst ne ey mann wieso funktionieren und wie so schaffe ich den Sprung denn nicht mehr mal wieder fragen wir uns jetzt gerade die ganze Zeit schon so und hoffnig zu schlagen sagt er tut mir leid ist so ein Reflex wenn man dann ist so leid ist so wenn man deine Fresse sehen muss René da muss man einfach zuschlagen ich hab ich hab mir ja die Rücken zugekehrt das ist ja das Problem ja dein gilt dein dein Rücken sieht ein bisschen aus wie Rocky wie Java the Hood mein Rocky Junge das war echt so unnötig ich ist so ja du kannst du darauf jetzt zu trollen jetzt war erster altbrauch der schlägt erstmal dreimal ja ich schlag dich auf dem Boden du warst ja eh schon runtergefallen du hast mich runtergeschlagen wir losen hier richtig ab und du denkst nur daran jemanden zu schlagen haha was ist das denn? der schlägt doch seine Frau später alter ist ja überhaupt mal eine abkriegt das heißt er das ist er was willst du René? mit dem Problemflug nur weil du bald kein Abschluss kriegen wir es was ist dein Problem? oh das war jetzt die Rache sie mehr quitt ja ne ne wer seid jetzt quitt oh mein Gott ich sehe Pasi Junge wir sind jetzt quitt boah wie René immer quitt sein muss sauber boah was war das denn jetzt für ein Gurusprung? sauber ok nächste ey Pasi äh Fax bei dir glänzen doch auch die äh Glowstormbecken da äh ja ach mal drauf die glänzende glänzende boah ich hab keinen doch die schimmern ein wenig die glänzender na kann sein kein Bock vielleicht hast du ne falsche Auflösung vielleicht sehe ich das auch einfach nicht vielleicht fällt mir da auch gar nicht auf und hab nicht der Schwung ja jetzt das und das wo bist du? ja ja da wow sauber wie soll ich denn da hin? pff 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 ich hab keinen Plan was ich da machen soll ok 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 muss man da abspringen? oh warte muss um die Leiter so du musst einmal drumrum rum nein oh das wusste ich nicht da an der Seite ist ne Leiter nein ist da nicht das wusste ich nicht ich guck mal kurz gleich ich hab ja doch hä wir gucken jetzt gar nicht so alter er hat gleich er hat gleich er hat gleich und wenn du jetzt gleich ich hab's geschafft wenn du jetzt mit Trecken wirst ne nein glaubt mir das ist das ist schon schwer genug hier wie bist du denn von der Leiter du hast wirklich keine Leiter rumrennen ja ich hab's auch gemerkt ich hatte Wahnverstellungen schon von den ganzen Goldblöcken ich zeig dir was oh nösslich hingefest woher war ich jetzt sauber warte warte Floh ich zeigte wie du den warte alt hat es war die Firma ich hab jetzt mit dem nicht ich kann jetzt nicht was ich weil ich die am Anfang wieder wie soll er hat wenn du gleich da bist zeigte ich die Mörder ausjahre in den so durchgehen Ja, dir wahrscheinlich auch, René. Ja, wenn du da bist, zeig dir das auch. Gios. Boah, das sind so leichte Sprünge am Anfang und dann dieser... Nein! 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 Ich hab auch gleich nur auf die Gau verkackt, René. Ich hasse den Druck, langsam. Langsam? Langsam? Ich hasse diese verfickte Challenge komplett. Oh, ja, boah. Der hat voll den Orgasmus, ey. René, der hat voll den Orgasmus. Nein, voll den, ey, Mann! Ey, Mann! Oh, ich bin gleich wieder da. Der hat total den Orgasmus. Ja. So, was ist, wenn der jetzt an die Stelle kommt? Fuck, ich warte hier. Ich warte hier auf, was. Bist du da? Ja, also hier oben. Was ist, wenn ich jetzt auch dazu komme? Dann wartest du einfach unter mir, weil das ist total einfach, unter mir hochzukommen. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich das schaffe, das ist so schnell. Das ist jetzt echt spannend für die Zuschauer, ne? Ja, wir gucken einfach dir zu, René. Boah, dein Name. Einfallsrechte Name überhaupt. Schon eigentlich. Warte mal. Warte mal. Ich muss das jetzt einfach testen. Nein. Ähm, René, Abkürzung. Geh da mal hoch. Und jetzt spring hier hin zu mir. Hä? Spring mal zu mir, René, hier. Nach rechts, guck nach rechts. Okay, ich bin wieder da. Nach rechts. Spring mal drauf. Was ist daran, da? Guck mal, da ist der Eingang. Oh, kaputt. Spring hier drauf. Nein, nicht von der Leiter, von oberen Block auf. Äh, der Eingang ist hier. Ey, komm, das ist Schieden, das zählt nicht. Nein, das ist Schieden. Dann ist Schieden. Komm, René, du schaffst es. Nein, ich mach das nicht. Du brauchst kein Schildesgewissen haben. Spieler, 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 Spieler. Witzes schaffen oder Parkspiel, du Pussy? Ja, dann zeig mal, René, wie das geht. Also, Party, wie kommst du da drauf? Also, guck mal. Hier, wenn du hier dran bist, ne? Wie soll ich denn da rankommen erst mal? Ja, erst mal da auf die Leiter springen, würde ich gleich sagen. So, springst du hier dran und so. Ja. Und wie kommen wir weiter? Nein, warte doch! Ja, ich wollte erst mal an die Leiter, du Arsch! Das hat ich gedacht, wie du das gesagt hast. Äh, Flo, du kannst an die Leiter, ne? Ja, zeig mir erst, was man danach machen muss. So, warte, du musst so nah wie möglich versuchen, an den Rand zu kommen. Ach, Mann, oh! Ganz so. Hä? Wieso funktioniert das nicht mehr? Super. Boah, das ist der Vorführer-Effekt. So. Flo, das ist der Carpent-Effekt. Nein, nein, nein! Okay, so weit wie möglich am Rand. Also jetzt einfach nach rechts drücken. Einfach D drücken. Nein, geradeaus davor gucken. Hä? Wie? Gerade so, genau, so als würdest du einfach nach oben laufen wollen. Und dann D drücken. Ey, Flo, das war der Carpent-Effekt. Ganz klar. Ach, nach oben gucken? Und dann? Ja, so als würdest du da hochlaufen wollen. Ach so. Okay, ich hab's sogar nochmal geschafft. Oh mein Gott. Boah, so abgequält hab ich mich da an immer, ne? Weil ich da immer runtergefallen bin. Ja, was? Frag uns mal. Wir quälen uns immer noch ab. Ich frag mich, wer von euch diesmal so lange dran dauern wird. Ja, rate mal! Nein! Ja, das ist dumm. Ja, super, jetzt sagt mir mein Virenschutzprogramm, die Viren-Datenbank wurde aktualisiert. Ja, ist doch gut. Das bedeutet, du kannst... Aber voll laut! Das heißt, du kannst jetzt mehr Viren-Datenbank aufhalten. Sauber, Pasi. Ja, jetzt greift mich eine 10.000 Scharen-Viren an, ne? Eine, eine Scharen-Viren. Oh, wisst ihr, worauf ich jetzt richtig fett Bock hab? Döner! Äh. Boah, wie ich immer den gleichen Fehler jetzt mache. Pasi, du hast viel schwor, dass du das nicht tust! Nein, ich hab' gesagt, ich mach' das jetzt nicht. Pasi, du kannst mich mal weißen. Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein dummeres Arschloch. Okay, ich schwöre, ich mach' das nicht. Ich schwöre, ich mach' das nicht. Ich schwöre auf deine Mutter. Ich schwöre auf meine Mutter, dass ich das bei dieser Challenge nicht mehr machen werde. Er wird bei anderen machen. Ja, ist klar, irgendwie, ne? Nein, glaube ich nicht. Nee, hier, das wird er doch nicht machen. Pasi, doch nicht. Aaaaaaai! Ach, fail, wie ich... Ich reagier' viel zu hackt. Boah, ich nehm' gleich die Abkürzung, das ist kein Cheat, das ist einfach nur unbeachtsames Verhalten des Map-Erstellers. Worauf soll er doch alles achten? Guck mal, wie konstruktiv der das alles gemacht hat. Der hatte Pech, wenn der zu kacke ist, um da eine Abkürzung zu bemerken. Die haben bestimmt Wochen da dran gehangen. Ja, schön für die. Wenn die sogar Monat. Nur damit du hier deinen Spaß hast. Ja, was denn? Hast du Spaß an dieser Challenge, hä? Hä? Hast du Spaß an dieser Challenge? So, Pasi, wie kommen wir ja diese verdammte Leiter? Warte, ich komme. Soll ich von hier aus springen? Warte, ich komme. Bin jetzt geschafft. Also, ich bin jetzt hier. Ja, das seht. Springsteil, oh, Mist, jetzt bin ich nicht gesprungen. Ah, ah, okay, mach das Scheiße. Sehr scheiße, voll für Effekt. Dann springst du hier so dran. Das liegt nicht nur auf Vorführeffekt, Pasi, es ist einfach nur so schwer. Dann guckst du einfach nur, ja, ja, und jetzt guckst du gegen die Wand. Und läufst hoch. Du laufst die ganze Zeit nach oben. Hä? Wie jetzt? Einfach nur laufen? Ja, als würdest du die Leiter, als würdest du eine Leiter von ganz unten nach oben laufen würdest. Wenn das... Als würdest du einfach nur eine Leiter nach oben laufen. Ich soll einfach jetzt so zur Seite laufen. Nein. Du sollst es so tun, als wäre dieser Block hier gar nicht da und du die ganze Zeit hochlaufen würdest. Welcher Block? Der über dir. Der Block über deinem Schädel. So, wow. Als würdest du die ganze Zeit laufen. Und jetzt einfach nur D. Und jetzt einfach D drücken. Wenn du jetzt...